Hast du nicht geladen oder bist du weg? Hier fehlt ein bisschen was. Naja, gut. Wir gehen nach Talimsa. Wo sieht man das? Das müsste im Chat direkt oben sein. Sollte theoretisch. Hast du noch genug zu futtern? Wunderbar. Ja doch, wir gehen nach Talimsa. Machen... Nein, nicht. Machen unsere Dailies. Und wir kaufen uns einen Frosthound. Bombi hat vor demnächst die Kosten für ein Pet hochzupacken. Mit dem nächsten Quest-Tab wird das Ganze etwas teurer. Und da holen wir uns jetzt noch einen Frosthound. Jetzt, wo er noch nicht so viel kostet. Belunia, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Aus Prinzip. Ist neu auf dem Server, muss entsprechend begrüßt werden. So, wir nehmen zuallererst einen Ruckler mit. Wir gehen in die Arena. Wir legen dort einen brutalen Gegner. Fluffy! Fluffy hatte ich lange nicht mehr. Fluffy hatte ich lange nicht mehr. Ich bin da für du. Nein. Da. Nein, du möchtest mich nicht angreifen. Du möchtest dich mit meinem Hund knüpfen. Ja, unser Hund, der knüppelt den weg locker. Locker knüppelt den weg. Wir können mal gucken, ob wir einen Fluffy-Kopf bekommen. Wahrscheinlich nicht, aber man kann ja mal gucken. Oh, ein bisschen Zeugs dabei. Kein Stoff, kein Kopf, aber instabile Substanz. War schon ausgeblendet. Alles klar. Ja. Nein, okay. Dann gib mir dein Fluffy-Kopf. Okay, dann bleibst du halt da liegen. Kann ich auch mitleben. Ah, Verbindung zum Spiel wird getrennt. Wie schön. Geht gut los. Geht hervorragend los heute. Hervorragend. Ich mein, so kann man die zwei Stunden auch vollkriegen, ne? Ihr seid auch rausgeflogen. Cool. Geht hervorragend los. Willkommen zurück im Loading Screen Simulator. Geht hervorragend los. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Ey. Nein! Nein! Mitkommen. Mach ihn nicht wieder kaputt, Frau ... Bart. Pst, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich wollte meinen Müll aus der Arena ausräumen. Ja, ich möchte hier raus. Danke. Da. Hab ich das... Ja, gut, das... Deutsch. Das Zeugs hab ich bekommen. Ah, Mann, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Waren die Augen schon immer so blau von dem Kerl? So, auf zum seltsamen Bettler. Ich nehme Wetten an. Bekomme ich heute was oder bekomme ich heute nichts? Ich habe zehn Kristall bekommen. Zehn Kristall. 1A Loot. Ich mag dich auch, du Drecks-Bettler. Auf Wiedersehen. So. Ich wollte beim Händler noch vorbeischauen. Ich habe den Geheimtipp bekommen, dass es jemand gab, der grüne Suppe eingestellt hat. Das ist eine Menge. Das ist der beste Loot ever. Absolut episch. Legendär. Eine Rarität. Ey. 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 Das ist meines. Das ist meines. Und das ist meines. Okay, danke. Bye. Ausgrüne Suppe. Ja. Ich möchte meine... Wie du bestimmt mitbekommen hast. Möchte ich... ...meine Mauer in Plague-Teilen bauen. Bitschern. Bitschern hat das Banner. Nice. GZ. So. Ach, verdammt. Ich wollte... Ich wollte doch das Pad noch kaufen. Deshalb bin ich ja nach Talimsa gegangen. Deshalb bin ich ja nach Talimsa gegangen. Wo stand der doch gleich? Ich glaube, oben. Ekotiere. Wasser. AOC-Fraktionspads. Ich wollte den Frosthound. Solange er noch nicht so teuer ist. Ja. Ashira wäre auch tempting, aber der Frosthound. Den hätte ich gerne. Danke. Da. Nicht nur Türen, jetzt auch Treppen. Ja. Sascha hat mir die Hälfte gelassen. Er hat mir die Hälfte gelassen. Das finde ich sehr freundlich. Hey. Bist du auch geflogen? Oder bist du nicht geflogen? Hahaha. Bisschen Heilung. Ähm. Hi. Bye. Ob sie weiß, dass es Twitch-Drops gibt? Hihihihi. So, wir gehen heim. Wir gehen heim. Was habe ich heute vor? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Wir können in die namenlose Stadt gehen und Blood-Gems farmen. Das fehlt mir noch. Ist immer wieder lustig, durch die namenlose Stadt zu rennen. Könnten auch meine Nachbarn ärgern. Hab... Ja. Ich habe das Zeug sogar hier. Na komm, ärgern wir die Nachbarn ein bisschen. Entspann dich. Ich komme ja schon runter. Keine Sorge. Beleid. Au. 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 Okay. 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 Hier ist absolute Party. Komm, wir gehen runter. Au. Au. I am Motor. Das ist schön. Dass du das bist. Woo. Ich hätte gerne meinen Hund in der Nähe. Das wäre cool. Bisschen hart. Nein. Schön. Das ist cool, dass du das bist. Da ist mein Hund. Hey, Hund. I am starting to dislike you. Ich mag dich auch nicht. Ich mag euch alle nicht. Ich mag dich auch. Na komm. Du stirbst. Dich kriege ich alleine platt. Dich kriege ich allein platt. Da. Geh weg. Ei, 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 ei. So, wo ist der andere? Den hat er doch irgendwo gekillt hier, ne? Lass mal, den hat er doch hier. Da hat er den gekillt. Nice. Irgendwann habe ich die 300 Powerjems zusammen. Und dann kann ich das komplett aufwerten. Hi. Na komm. Ärgern wir die Nachbarn so richtig. Gehen wir erst hier oben ärgern. Und dann gehen wir unten ärgern. Der Hund trifft hervorragend. Du hast Blut auf Stufe 5. Ich noch nicht. Das ist die einzige Magie, die mir noch fehlt auf Stufe 5. Dann hier oben muss ich nicht hin. Ich muss eins weiter. Ich habe fast alle Powerjems, um direkt von Stufe 1 auf Stufe 5 upgraden zu können. Noch nicht ganz alle. Es fehlen noch ein paar. Aber. Passt. Da muss ich nur einmal dahin rennen. Ich kann direkt. Direkt abdrehen. Wie teuer werden denn die Pads? Keine Ahnung. Wirst du dann sehen, wenn es so weit ist. Hm. Noch habt ihr die Möglichkeit. Sehr teuer, ja. Deshalb habe ich mir den Frosthaun aufgeholt. No. Es wird dunkel. Na dann. Ich mag dich auch. Das tut mein kleines Spiel. Kriege euch trotzdem klein. Schafft zwei von euch, schaffe ich euch ja auch alleine. Ha. Mindest von dem Blauen. Ein bisschen Ektoplasma noch dazu. Wunderbar. Jetzt ist dunkel. Ich muss meine Fackel reparieren. Schaffst du es? Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Das ist alles sehr lustig heute. Die Pads jetzt kosten 45 Gold. Kommen wir gehen. Per fünffachen. Oh. Das wäre... Das ist dann gut teuer. Hey, es ist hell geworden. Auf magische Art und Weise. Geh weg. Ich dachte, geh weg. So, kommen wir gehen. Hier lang zurück zum Wasser. Das wären 225 Pipigold. Oh ja. Das wäre gut teuer. Das wäre mir persönlich dann fast zu teuer. Dann werde ich mir kein... Kein Fraktions-Pad mehr kaufen. Da ist mir das zu unsicher. Dass das gescheite Prozente bekommt. Hey! Ich habe einfach meinen Homo untergeschmissen. Das finde ich nicht okay. Schön bestorben. Es wird es halt einfacher, sich ein Pad zu kaufen, als sich eins herzustellen. Der Handel von Pads ist doch sowieso vorher schon erlaubt gewesen. Zu dem Preis, der auch der Händler angibt. Der war vorher schon erlaubt. Hatten wir mal drüber gesprochen gehabt. Da steht ja doch noch einer. Ach, der Händlerpreis darf dann unterboten werden. Alles klar. Wehe dir, du lässt mich nicht mehr. Runterfallen. Auf magische Art und Weise ist er jetzt weg. Wo ist er denn hin? Ja, wo bist du denn jetzt hin? Du warst doch eben noch hier. Ich würde dich gerne töten. Hallo? Steht noch einer? Ja. Aber wo ist denn der hin, der hier oben stand? Das finde ich jetzt uncool. Ich bin extra hier hochgeklettert. Nur dafür bin ich da hochgeklettert. Dann ist der Arsch einfach weg. Ich glaube, es hackt. Hey. Guck mal, die da hinten wollen mit spielen. Die treffen mich. Das könnte gleich schmerzhaft werden. Ein Hochhof, sooth, zweit. Stufe 20, mal gucken, was er für einen Truck bekommen hat. Na komm, ich bin so gut im Treffen. Ich bin Meister des Treffens. Stimmt. Mach den mal, ich räum den hier schon mal raus. Irgendwo ist noch da hinten, ist da einer nicht stoppen. Wollt grad fragen, schaffst du's? Wieder zehn mehr. Etwa neun, da hinten steht der zehnte. So, aber bevor wir da hingehen, was hast du für einen Perk bekommen? Oh, Stärke. Spitzen Predator. Dein Getreue verfügt über große Stärke und scharfe Klauen. Das ist nice. Nachdem er nur gefühlt, nur Überleben gelevelt hat am Anfang, sowohl mit den 40% mit jedem Level als auch hier mit dem ersten Perk, hat er die nächsten zwei, hat er 13 Stärke dazu bekommen, plus ein paar mehr Level und dann 33 Punkte auf Vitalität. Das ist nice. Seine 18.000 HP, wunderbar. Skiller, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Hi. Ein Hoch auf Sooth 2. Na komm, stirb halt. Bleib stehen und stirb. Ja, ich kann die auch nicht ausstehen, aber man muss sich leider mit denen, man muss leider irgendwie mit denen zurechtkommen. So, wollen wir doch mal gucken, ob wir noch so ein paar Bären rumkreuchen. Auf welchen Händen ist ein Teddybär? Ich befürchte, wir werden das Anubis-Fiee da hinten ziehen. Ähm... Das finde ich uncool. Vielleicht haben wir Glück. Und wenn wir den Teddy treffen, würden... Na, ich sag... Zurück. Ja, das Hundchen macht's nicht. Das ist richtig. Hat noch immer keinen Namen. Ich hab bisher einen Vorschlag bekommen. Im Schwarzen Wolf. Mal gucken, welchen Namen ich gebe. Ist nicht wirklich ein Höllenhund, weil er kein Scorchhound ist. Aber irgendein anderer Name von irgendeinem Hund. Ich hab keine Ahnung was, irgendeiner Mythologie oder so. Zack. Noch ein Powerjam. Drill. Den Kopf. Es wird wieder dunkel. Die Anubis-Viecher. Da knüppelt sich gerade jemand. Da könnte man helfen. Er knüppelt sich dann da. Hey, Morpheus. Zu zweit kriegen wir den Locker. Solange ich nicht trinken muss. Den Stamm wieder raus. Chaos. Großes Chaos. Oh Gott. Fast tot Chaos. Ich bin nicht so scharf da drauf, dir zu tanken. Ein bisschen Fleckenschaden hier. Der Hund knüppelt sich da hinten mit dem Boss. Das ist okay. Okay. Wenn ich mich scharf. Aber wer clampiert mir jetzt. Was denn, was denn? Was denn so scharf? Obwohl. Besuch das? Was denn, was denn? Was denn so scharf? Was denn so scharf? Was denn so scharf? Ich bin voll ausgeweichelt. Ja, aber voll getastet. Ich treffe so gut. Hört sich so an, als hätte der Aspen. Der Arme sollte mal ins Mars gehen, ne? Ich bin ein, als wäre es, als wäre es. Ich bin ein, als wäre es. Ich bin ein, als wäre es. Das ist ein schicker Stab, den du da hast. Und cool. Der sieht gut aus. Hey! Shake, shake, shake. I know! I know! Friss das. Du, friss das. Und das. Friss das und das. Die geben keine Gems, ne? Doch! Seit wann geben die Power Gems? Als ich die das letzte Mal versucht habe, haben die keine gegeben. Ich fühle mich verarscht. Ich habe die extra mal gekillt, um zu gucken, ob die Power Gems bringen oder nicht. Und da gab es keine. Das Ektoplasma, das gab es, ja. Aber keine Power Gems. Ich fühle mich verarscht von diesem Spiel. Meine Nachbarn sind nicht da, ne? Nope. Bären sind nicht da. Ich fühle mich mit der wand. Ich fühle mich mit der Wand добр enzy side sprechen. Ich fühle mich denPeopleonsokay. céirdischedar wil ein. ėrne. Danke difficulty. Danke. 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 Danke.